Was ist das für ein Vogelmann? Hallo und zurück zu Path of Exile. Ein Vogelmann, dem wir erst mal ein paar Fragen stellen, oder? Ein Survivor, wie Aina. Das ist mein Name, Exile, Aina. In meiner Nasein-Tongue bedeutet es, Lonefighter. Das ist das, was Aina für viele Jahre war. Aber es ist gefährlich, jetzt zu kämpfen alleine. Too gefährlich, sogar für ein mightier Aina. Wir sind in den letzten Tagen dieser Welt, Exile. Das, ich bin sicher. Wir, Survivors, müssen wir uns zusammenbauen, vorbereiten für die Ende, und die Zeit für die Zeit, so lange wie wir können. Für das, wir brauchen die Anwendung, Weapons, Geheimnis, Essen. Die anderen hier nicht verstehen mich wie Sie tun. Ich bin in den Rieferweiss, und Aina wird erklären, was muss man tun. Oha. Vielleicht müssen wir ihn erst besser kennen. Was ist der gemeint mit den Ersten? Sie haben diese Welt lange zu suchen, um andere Erinnerungen zu suchen. Aber sie werden zurück. Und wenn sie so machen, werde ich sie in der großen Gräufe. Und du werden sie, ja? Ja. 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 Nicht wirklich, aber wir machen es trotzdem. Bestarium. Hier gibt es einiges, zum Beispiel Katzen. Menschenfresser, Raubtier, wirft eure kindlichen Vorstellungen von der Umarmung dieser prachtvollen Geschöpfe beiseite. Denn sie sind mächtig und gewalttätig. Sie werden alle, die sich ihnen ohne Respekt nähern, in Stücke reißen. Ja, das ist ein bisschen unser Problem. Wir nähern uns ohne Respekt. Und deshalb haben wir nämlich die großen Probleme. Siehst du? Wir haben hier Gnadentod. Was bedeutet das? Tötet Protus den Wächter. Okay. Und tötet die Sirene. Das haben wir schon gemacht. Das stimmt. Das ist wohl wahr. Gut, ein Haar. Dann sprechen wir mal mit Eramir. Ich habe gesehen, viele in Exile kommen und gehen. In die Före oder in die Boden. Sie sehen, wie ein bisschen anders ist. Different good, different bad. Es ist schwer zu sagen, bei dieser Stelle. Die Name ist Eramir. Und für heute, Sie haben die Vorteile von mir. Das sind die Drogs von Ereuth. Die Drogs von Ereuth. Die Drogs von Ereuth. Und mit einem Foul Broth, die Schmerzenst Böbeln zu der Boden. The lords of Larceny, Oak, Cretan, and Alira, the self-appointed monarchs of the forest, Cretan in the east, Alira in the west, Oak in the north, and this village, this tribe, we pay their taxes. I would never venture to say that life in Rayclast is easy, but with those three gone, well, living here might just become possible. I understand. The Asmiri, the culture that descended from the Asmiri mountains and founded the eternal empire so long ago. Not that these people have any understanding of their lineage, their history, identity, all but destroyed in the Categorism. These Asmiri took in a disowned son of Orieth, fed me, healed me. To repay my debt, I've taken in the orphans of a dead empire. Warum sind wir eigentlich nochmal verbannt? I've read about Chevron of Umbra, and what she did to the warden at Axiom. You did well to end Brutus's sorry existence. But Chevron's barricade, that's sad news indeed. There is little enough freedom in Rayclast as it is, but to be stranded on that dismal coast, I pity the exiles to come. Would I know how to lower the barricade? Afraid not? I was a bit distracted the last time I took the pass. Hungry goatmen to avoid on that side. Alira's trolls on this side. Trolls. Müssen nicht unbedingt Vassalen sein, es können auch wirkliche Trolle sein. Wer weiß das schon? I embraced the patronage that High Templar Dominus offered my struggling museum. I took his favor and conducted his research into the thaumaturgical arts practiced within the eternal empire. I wish I'd known then what I know now. that I was pandering to the warped dreams of a madman. Was für ein Museum? The end of learning is the beginning of death. So, wir können in jede Richtung. Ist in Ordnung? Wir befinden uns, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, in Akt 2. An die Pinnwand schauen wir erstmal noch. Obwohl, doch. Ich weiß ja nie, was man so nebenbei noch erledigen kann. Das kann man dann... Ich schau nochmal ganz... Ne, halt, das hier, das brauchen wir wirklich nicht. Jawohl, wir wissen nie, ob man nicht mal Geschick braucht. Ja, aber auf der anderen Seite... Ja, man weiß es ja nicht. Wie viel haben wir hier? Hier haben wir schon 30 Geschick. Dann ist es Quetsch. Das haben wir hier. Plus 30 zur Stärke könnten wir hier anlegen, wenn wir es bräuchten. Das hier ist natürlich auch gut. Erhöhte Manna-Generation. 20 Prozent. Was machst du hier? Weil Manna ist auch gut, wenn wir das nämlich verbrauchen. Und so können wir nämlich die Regenerations... Ihr wisst, je mehr Regenerationsrate, desto besser. Und erhöht die Seltenheit. Wir hauen es trotzdem mal rein. Und... Dann leuchten das Symbol der Reinheit. Hm. Aber das gibt uns Intelligence. Aber plus 14 zu allen Attributen ist natürlich super. Nein, wir lassen es trotzdem. Wir lassen es trotzdem erstmal. Wir lassen es... Und werden das verkaufen. So schnell entscheide ich mich um. So schnell entscheide ich mich um. Was haben wir denn eigentlich vorringen? Stufe 4 und Stufe 12. Den weg. Den... Obwohl. Kälte wie der Stern. Und was haben wir hier? Den Vierer. Oh, der hört so viele gute Dinge. Vielleicht finden wir noch was Schöneres. Das verkaufen wir alles. Was haben wir denn eigentlich hier? Weg damit. Weg damit. Was wollen wir mit einer Zweier? Was ist denn das eigentlich hier? Zepter. Das sind wir, glaube ich, besser bei denen. Na ja, wohl. So richtig? Ja. Ich tue es trotzdem weg. So, hier haben wir noch einen Ring. Oh, ein Zwölfer. Blitzwiderstand. Kälte. Energie. Schild. Das ist genau dasselbe hier, oder? Ne, Kälte ist schade. Ja, aber... Ach, es ist halt ein bisschen... Ne, wir lassen es mal noch drin, den Ring hier. Was ist denn eigentlich hier mit? Ach so, weil der... Ne. Den tun wir auch weg. Tun ein bisschen ausräumen. Ja, die blöde Maske hier. Aber wartet mal hier. Auch weg. Auch weg. Was haben wir hier gesagt? Gerade? Oh, da muss es besser sein. Glaube ich zumindest. Eine 39er... Was haben wir da im Blauen? Und wir haben... Ne. Was haben wir noch? Ja, schon. Im Grunde ja. Wir haben so ein Geisterschild. Erhöht aber auch den Feuerschaden der Suche. Tun wir den weg. Was soll man hier? 10. Kälte, Widerstand, Intelligenz. Das weiß ich, um ehrlich zu sein, noch nicht. Gut. Dann können wir das alles hier verkaufen, ne? Dann ist alles gut. So, wir sind mit dem hier hinten. Haben wir hier... Jena. Ich bin Jena. Ich bin Jena, Keeper des Spirits. Du bist ein Kind Exile, wie Irami? Er ist gut für uns. Helft uns. Du bist und helfen uns auch, ja? Ein Geister uns in ihren Träumen. Ein Geister, ein Geister. Das hört sich... Das hört sich echt schwieriger. Ach, Eramir ist... Ich hab's gar nicht vorhin so richtig mitbekommen. Das ist auch ein Verband. Dann ist sie ja mehr noch sympathischer, als er mir sowieso schon ist. Klare Worte. Die Blutaffen. Die Blutaffen. Die Blutaffen sind krank. Als sie von Frutem tranken, sie tranken Nacken und Bärchen. Jetzt trinken sie Blut, sie trinken und sie trinken. Diese Land ist ein Nachtmärm, von der sie nicht wagen kann. Vermina wahrscheinlich, ne? Ich denke mal, Vermina ist es, die hier... Oder war das ein ganz anderes Ding? So, ich verkauf dir alles Mögliche hier. Ich weiß gar nicht, ob ich dir alles verkaufen kann. Sieht aber trotzdem sehr schlecht, was man schon verkauft hat und das nicht. Schild. Und dann haben wir noch so Kleinzeugs. Mal schauen, vielleicht kriege ich mir sogar alles los. Bevor wir... Na, warte mal, wir schauen trotzdem mal. Was hast denn du... Nie. Nie. Äh, kaufen. Was hast denn du im Angebot? Und du hast so Zauberstab... Du hast so Zauberstab... Wir brauchen aber Zepter, weil wir bleiben bei Zeptern. Nicht Zauberstab, sondern Zepter. Wie ein Ding, was wir nehmen würden. Zauberstab ist doch kein Zepter, ne? Oh. Oh. Enormes Lebens. Drei von den Dingern. Wahrscheinlich werden wir es finden. Wir nehmen noch eine Portalrolle mit. Ach so. Die können wir unendlich. Ich hab schon gedacht, es gibt nur eine. Ich wusste es nicht mehr. Aber warum hast du keine Identifikationsrollen? Denn die bräuchten wir, weil wir damit auch kaufen. Das wäre es super gewesen. 5 und 5. Was ist denn eigentlich hier? Medizines? Des Hasen. Da brauchen wir aber dreimal Sphäre der Alchemie. Ja, aber die hält man vielleicht sogar. Ich weiß es nicht. Aber warum ist es die gut? Trinke mit Rechtsklick. Füllt es sich auch wieder auf? Was kriegt man da? Hält 8,5 Sekunden. Verbraucht. Plus 35 Prozent. Das müssen wir mal uns vormerken, dass wir auch andere Flaschen reintun können. Das ist in Ordnung. Ist ja schön, ne? Also ich finde, es ist recht komplex, das Ganze. Das finde ich schön und gleichzeitig ein bisschen erschlagend. Okay, wir lassen es aber erst mal. Wir wollen uns erst mal hier ein bisschen umschauen, ne? Wir wollen uns erst mal hier. Wir wollen uns erst mal hier. Wir wollen uns erst mal hier. Im Westen, ne? Das hat er schön gesagt. Wir erzählen keine Geschichten, man erzählt sich Geschichten über uns und über Eramir. Viele Exile kommen diesen Weg. Eramir ist nicht wie sie, nicht wie Sie. Er ist ein altes Mann mit vielen Geschichten. Er teilt uns Worte, die Sie verstehen können. Er teilt uns als Miri, um stark zu sein. Nicht in unseren Armen und Legen wie Grust, stark in unseren Händen. Beeindruckend. Das ist ein Barbar, so wie gesagt, ne? Und Gina? Ich habe von ihr über die weiße Bestie was gehört. Ein alter Wolf. Fenris. Fenrir. Interesting. Allemal, ne? Interesting. Allemal. So, wen haben wir hier drüben noch? Achso, wir können mal kurz an die Drohe. Und, bitteschön, haben wir sowas gehört. Sowas sagt mir momentan gar nichts. Ach, Färbungssphäre. Hat man nicht noch ne Färbungssphäre? Ach, verändert die Farbe. Das ist, das ist gut. Das ist ja super. Das könnten wir ja tatsächlich nur brauchen. Wenn man eine andere Farbe haben müsste. Das ist ja super. Sowas liebe ich. So, Scherbe der Alchemie. Die haben wir hier hinten. Da ist er. Schuh. So, was sagt uns Grust? Das ist aber nur wirklich ein Barbar, wie er leibt und lebt. I am Grust. I hunt boar. Hunt to feed my people. You are not a friend to us. You need to run faster than boar. Ich wunderte es, dass Baban immer so einen russischen Akzent hat. Was sagst du über Eramir? Wir sind Asmeri. You are not. Eramir ist not. Leben war gut, wenn es nur Asmeri war. Übrigens steht hier, was wir nie, also was ich nie machen werde. So, Gina. Gina thinks she knows the spirit, that he talks to her. She talks to herself. Er ist nicht, er ist eher ein Pragmatiker. Und Silk? Silk is no hunter. Silk scares children with stories at fire time. That eight leg he wears, he did not kill it. Founded in the forest there of age. I would like to see Silk face live eight leg one day. See him wrapped up for lunch. Er ist sehr überzeugt von sich und wenig überzeugt von anderen. Die Blutaffen. Wenn er also trommelt, kommen wahrscheinlich mehr, ne? Und diese Banditenfürsten? This is our home. We hunt, we grow, we build. Your kind in the forest. Kill, steal and burn. Soon they will take it all. Leave us no food. Then we must move. Leave our home. Ah, wait, leave us up. Kann ja sein, dass wir trotzdem helfen können. Dafür hat er allerhand Schönes hier. Vorerst ein Zepter hast du wahrscheinlich nicht. Mehr will ich nicht. Weil wir skillen ja zu einem Zepter hin. Aber eine Rüstung, da wird man vielleicht nicht nein sehen. Boah, das ist eine Rüstung. Das ist ja so wenig, ne? Ich hätte gerne jetzt sowas. Wir sind ja ein... Was sind wir eigentlich? Sowas ähnliches wie ein Priester, Inquisitor, ne? Glaube ich. Da kann man bestimmt die Rüstung noch irgendwie erhöhen. Denke ich. Klauen. Mit Klauen. Mit Klauen werden wir Katzenkralle. Da wird man nicht drum ärgern und... Ja, das ist natürlich hier schon ein Unterschied. Also das nicht, da war der 22 hier. Wo war denn der? Oder der hier? Oder der hier? Ah, der hier ist schon eine Gewalt. Aber es sei es drauf. Achso, das wollte ich noch schauen. Es sind hier Zepter dabei. Ein Stilett. Stachel. Rostiges Schwert. Ich glaube aber nicht, dass der sowas wird. Der hat nur rostige Schwerte. Und dann wird er wieder so eine blöde Lederhauber, die gar nichts bringt. Was ist denn das hier eigentlich? Ne. Ja, Masken. Das ist alles so ein blödes Ding. Was haben wir denn hier eigentlich? Ein Schleifstein. Falls wir eben... Hat er auf Waffen mit niedrigen Gegenständen, die nicht einzigartig sind, einen größeren Effekt. Einen würde ich mal gerne probieren. Und zwar auf... Entweder die Handschuhe... Probieren Sie mal auf die Handschuhe. Nochmal. Rechtsklick... Achso. Rechtsklick darf diesen Gegenstand... Ach, keine Waffe muss es sein. Entschuldigung. Blockierten Pass. Okay. Going. Going. Na dann, probieren wir es. Ist jetzt... Ist jetzt nicht mehr verändert. Weiß es nicht. Elementarschaden... Okay. Gut, wir haben es gemacht. Sinnlose Weise. Aber wir haben es gemacht. So, denn... Haben wir jetzt viel gemacht und wenig... Wir gehen erst mal Richtung Westen. Wie ist denn das hier, wenn wir direkt durch... Upsa. Wenn wir hier direkt durchgehen. Durch die... Flussläufe. Probieren Sie mal. Okay. Seid ihr bereit? Ready, Exile! Es ist Zeit für sie! Das ist es. Ich komme hier. Diese Lande ist sterben. Aber sogar eine rotte Karkasse hat ihre Worte, ja? Dann wird es getrennt. Wir machen rotte Karkasse, und benutzen sie, um die Werkzeuge zu produzieren, die wir brauchen, um zu überleben. Aber nur die besten rotte Karkasse werden. Aina ist nicht zufrieden. Aber ich kann nicht das gleiche sagen, für die ersten. Es gibt ein paar Biesten nahe, Exile. Spezielle Biesten. Wir werden sie finden. Wir werden sie kämpfen. Ich werde sie fangen. Du möchtest die Fruiten meiner Arbeit. Wir werden beste Freunde sein. Jetzt, wir fangen. zusammen. Vielleicht wird er mir ja doch noch sympathisch, unser Freund. Kann ja sein, ne? So, ähm... Ich wollte noch was... Wir gehen... Wollen wir es mal hier so ein bisschen rüber? Du kommst zurecht hier? Oder... Wo ist sie denn, unser Freund? So richtig nicht, ne? Wo bist du, ne? Wollen wir es mal kurz... Sieger keinen mehr. Wollen wir es mal kurz... Sieger keinen mehr. Wollen wir es mal kurz... Wir... Mal... Mal... Ach, da ist er! Wer schießt da noch auf irgendwas? Okay. So, ein Holzhammer... Mäh... Breitschwert... Wir haben gesagt, wir sind nicht identifiziert. Naja... Auf der anderen Seite, ne? Energieschild. Ein hochwertiges Lebensfläschelchen. Das macht dir gar nicht so schlecht, unser Freund, ne? Wird eine echt gute Wummer. Die, der so vor sich hin knallt. So, wir gehen mal hier oben weiter. So, wir gehen mal hier oben weiter. Eine geölte Weste brauchen wir eher nicht, ne? Hier, wenn noch was... Ich weiß ja manchmal nie, wie es da kommt. Was ist denn das eigentlich hier? Einhard gewährt euch Lebensgeneration... Bei Tötung echt. Ihr haltet Heldenmut, wenn ihr Gegner im Nahkampf tötet oder seltener einzigartig Gegner trifft. Und... Verbraucht ihn, um... Banner zu platzieren. Wie... Sondern verbraucht mich da oben drauf. Was würde ich denn... Im Grunde, wenn das wirklich so wäre, würde ich das nur bei... irgendwelchen... großen Bestien machen... mitgelegen... Schauen wir uns einfach mal hier ein bisschen um, ne? Eine Identifikationsrolle, danke! Achso, die haben wir gar nicht gesehen, ne? War noch irgendwo eine Identifikationsrolle? Oder? Das wäre ja blöd. Wenn nicht... Da ist noch einer. Schon mal schön. Ansonsten müssten wir halt... Weil die hatten, glaube ich, unten welche. Müssten wir halt zum anderen hinreisen, ne? Zu unserem ersten Lager. Das ginge natürlich am Ende auch. Ein Stiletto. Oh! Ein Eichhörnschen. Oder was immer das hier ist, ne? Was ist denn eigentlich hier los? Einen hat es ja... Einen hat der Jäger. Der ist schon... Trotzdem... Trotzdem alledem ist der schon cool, muss man. Ich seh nix. Wem legt denn der sich der Tulpen ein? Fragt man sich am Ende? Auf wen ist denn der drüben geschossen? Irgendwie kommen wir dort nicht hin. Irgendwie kommen wir dort nicht hin. Ah, da ist jemand. Aber... Wie kommen wir dorthin? Ja, hier nicht. Wann mal, wie kommen wir denn von der anderen Seite anscheinend? Komm mal mit! Weil das ist ein bisschen nervig. Naja, gut. Was heißt hier von der anderen Seite, ne? Hier kommen wir ja auch nicht durch. Wie hätten der sich das vorgestellt, der Idiot. Wie hätten der sich das vorgestellt, der Idiot. Ich glaub hier geht's drüber. Das ist hier, was wir brauchen. Okay, ich glaub den haben wir. Wir können auch wieder aufsteigen. Wir schauen erst mal ein bisschen uns um. Wahrscheinlich muss man sowieso das Portal gleich nehmen. Oder ein Portal. Denn ich nehme an, dass wir durch sind. Wie gehen wir den Weg wieder zurück, den wir hergekommen sind? Ja, ich seh schon jetzt. Ich meine, der Gürtel ist quetscht. Das ist hier 200. Das gibt uns schon ein bisschen Wiss, denke ich. Holzhammer brauchen wir nicht unbedingt. So, wir gehen mal hier. Weil das war echt ein bisschen nervig. Ne, die sind noch da. Na gut. So Fußvolk, ne? So Fußvolk ist halt noch da, schätze ich. Ich komme gleich noch hin zu euch. Braucht ihr euch nicht. Braucht ihr euch nicht allein zu fühlen oder herabgesetzt. Wir kommen gleich zu euch. Ne, der ist noch da. Oha. Oha. Dann hätten wir doch da oben weiter. Ja gut, dann gehen wir da oben weiter. Und schauen, dass wir wieder bei der Runde kommen. Der ist noch da, sag ich euch. Der Bösewicht. Der Bösewicht. Und seine Scherken dazu. Dann gehen wir erstmal über die Fort. Und schauen uns das in der Mitte an, ne? Okay. So. Ähm. Ich wollte ja noch was machen. Achso, ja hier. So, wir müssen weiter nach unten. Und wir hätten im Angeb... Wir können nur hier, ne? Achso. Wir können natürlich auch das lieben und verringerte Kosten. 5% erhöhtes Leben, verringerte Kosten von Fertigkeiten ist auch schön. Das ist auch schön. Was haben wir eigentlich hier? Großes Geschick. Und Intelligenz. Finde ich gut. Hier ist nochmal die Stärke. Wollen wir erstmal das hier mit oben? Eine Meisterschaft leben. Finde ich gut. Nehmen wir mit. Nehmen wir erst mit. Ist mir egal. Eher mal zum Zepter kommen. Danke. So. Weiter geht's. Seid ihr bereit? Ich wär's. Halbwegs. Ey, willst du mir nochmal... Das Flammentor denn besuche? Das Reinigen der Ding hier, ich bin mir noch nicht so sicher. Ne? Ne? Feuerschaden. Also erst reinigen das Ding, dann Feuer rumeiern. Okay. So. Wir schauen uns das jetzt ein bisschen an hier noch. Die Insel. Ist ja eine Insel, ne? Achso, ich hol das. Achso, ich hol das. Wir machen uns hier so kaputt. Komm mal weg. Irgendjemand macht uns hier komplett kaputt. Wer ist das? Warte, geh ruhig. Irgendjemand macht uns hier kaputt. Boah. Der ist schon cool. Also. Langsam kann ich's mit dem Vogelmann doch... Langsam. Wahrscheinlich wird mir am Ende der Vogelmann... Ah, das brauchen wir nur was können. Ey, ans Herz wachsen. Sag ich euch. Am Ende ist er halt doch ein feiner Kerl wahrscheinlich. Ich würd' halt gern nochmal hier geschaut. Danke. Tja. Eine geölte Weste. Eine geölte Weste ist ja ein feiner. Enseh. Ein kleines Heim. Ein kleines Heim. Hey, wo ist er denn eigentlich? Ich sehe nicht. Ah, hier. Wo ist er denn? Ich sehe nicht mehr. Ich sehe nicht mehr. Damit hier oben ist er. Hier. Äh, die Karte wollte ich nicht. Ich sehe ihn schon wieder nicht mehr. Hier ist er. Nein, hier ist er nicht. Boah, das war jetzt zu viel. He, 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 he. Meiner Fläschchen brauchen wir jetzt auch nicht mehr, Alter. Ich bin kein Biest of Borden. Ich weiß. Deswegen, weil du kein Biest of Borden bist, nehmen wir die Identifikationsrolle. Ein mittleres Lebensfläschchen. Das brauchen wir nur, weiß Gott, nicht. Da werden wir schon mal drin haben. Sei es drum. So, jetzt verkaufen wir auf alle Fälle. Großes brauchen wir auch nicht. Aber wir können schon mal identifizieren. Halt. Wird es dann eigentlich, wenn es identifiziert ist, mehr oder nicht? Das ist eine große Preisfrage. Ob wir überhaupt identifizieren sollten. Oh, den schaue ich mir mal genauer an. Erhöhte Rüstung. Feuerwiderstand. Kälte Widerstand. Größer Lichtradius. Erhöhte Seltenheit. Ja. Ja. Und wisst du, du hast nur ein Rot. Ja, meine Teilen. Machen wir nachher. Das werden wir mal anders erledigen. Hier haben wir noch ein Zepter. Das schauen wir uns mal an. Ein Seuchenstern. Physischer Schaden. Ach so, weil ich es vorhin erhöht habe. Ist die erhöhe. Aber 20 Prozent erhöht der Elementarschaden. 7 bis 15 Kälte Schaden. Ich würde mir beinahe sagen, wenn wir den noch ein bisschen erhöhen vielleicht. Dann ist es gar nicht so schlecht. Dieser gute alte Seuchenstern. Weshalb hast du grün und blau? Das ist auch grün und blau. Merken wir uns mal, ne? Das große Mannerfläschchen tue ich jetzt nicht noch, tue ich keine Identifizierungsrolle dran verschwenden. Wir legen es trotzdem erstmal, also das hier und den, äh, legen wir erstmal eine Truhe. Denn ich habe immer noch das Gefühl, dass... Das... Ach so. Das... 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 Das Portal... Irgendwie verschwindet. Aber es ist nur so eine Vermutung. Das ist hier ein bisschen... Gewürchen, ne? Das dauert ewig. Wie ich das hier drüben hin... Wahrscheinlich... Ich weiß nicht mehr, was ich habe und was nicht. Ich mach mal. Return, if you must. Ja, ja, ich gehe. Klar. Ich hoffe, dass das Portal noch steht. Sonst müssen wir nämlich den ganzen... Kletteretatsch nochmal machen. Ich tue es jetzt einfach hin, weil ich jetzt keine Zeit... Mach mal ein andermal. Okay. Und zurück ins Portal. Juppidu! Jaja, bist ja noch dabei. Wir haben nur das Portal. So, ähm... Ein größeres Mann, vielleicht... Das haben wir aber schon. Ja gut, aber da ist was dabei, ne? Wir tun das trotzdem mal identifizieren. Ich bin kein Bist of Burden. Auch noch das Unglück. Oh ja, ich sehe es. Ich werde mal... Oh ja, das ist besser als das, was wir... Oder? Ja. Wir können aber nach... Ne, können wir nicht. Geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Brauchen wir da irgendwas hier? Chance auf Blocken 39. Rüstung. Erhöhte Chance 15... Aber hier erhöhter Feuerschaden. Das gefällt mir halt ganz gut, ne? Hier ist halt den... Aber wir... Wir tun es trotzdem mal nicht weg. Hunde 3. Braucht mir noch ein bisschen Geschicklichkeit. Aber auf der anderen Seite... Ja. Nicht wirklich, ne? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, da alles zu identifizieren. Achso, halt. Wie ist das jetzt hier, wenn ich was hin tue, was nicht identifiziert ist? Das frage ich mich gerade. Bekomme ich da genauso viel raus? Oder nicht? Das ist jetzt wirklich die große Preisfrage. Wie wenn es identifiziert ist. Ich weiß es nicht. Wir können es ja mal schauen, denn... Beim letzten, wenn wir wieder hier sind, wenn wir ein bisschen Zeit haben... Woin! Denn da könnten wir mal schauen... Ähm, ob... Ob wir da Merk bekommen bei irgendwas. Okay. Gut. So, wir schließen die... Ja, wir wissen es ja. Dass wir die Mission abschließen müssen. Aber wir müssen noch ein bisschen... Wir müssen noch ein bisschen hier erkunden. Das wäre blöd, wenn wir jetzt rausgehen und nochmal den ganzen Mist erkunden. Ich meine, kriegt man vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, aber am Ende... Das bringt es halt auch nichts. So, wir gehen mal kreuz sie quer. Die Insel entlang. Die hat ja nichts mehr weiter, ne? Am Ende. Die Pürität wird gut prämiere. Ja, unten ist das hier, ne? Ja, unten ist das hier, ne? ob ich dann, irgendwann werde ich auch mal das nochmal mitnehmen, obwohl es nicht identifiziert ist. Weil ich denke, am Ende wird sich das nicht lohnen, oder? Am Ende lohnt es sich nicht, das auszugeben, für das bisschen, was wir bekommen, die Identifikationsrollen, wisst ihr? Wir werden sowieso mal noch welche. Am Ende wird es sich nicht lohnen. So, hier geht es rüber, über ein Dingsbumse, über einen Stamm. Alles klar. Oh, Identifikationsrollen, nehme ich gerne. Nämlich lieber als alles andere. Na, na, na. Wo ist sie? Manchmal sind die zwischen den Zweigen gar nicht zu sehen. So, unsere Manna hat sich wieder aufgefüllt, das ist super. Wir dürfen nur nicht vergessen, wenn wir kein Manna mehr haben, das wird ja auch mal Manna uns reinhauen. Was natürlich zur Zeit super ist, ist die Magie-Regeneration. Wir können echt ohne irgendwelche Verluste auf die draufkloppen, mit voller Stärke. So, gerne. Oh, schön. Schön, oder? Ah, ist schon fein. Wasserfein. Ah, ist echt schön. Richtig super Entspannung pur am Abend. Ich mache fast jeden Abend, um ehrlich zu sein, und ihr werdet es ein bisschen vorproduziert haben. Mache ich ein Röntgen. Und viel zu lange. Es ist schon fast Sucht. Schon fast ein Suchcharakter. Okay, ich glaube, das war es, oder? Mehr oder wenig. In der Trümen habe ich noch irgendwie schnaufen gehört. So, nee, das war es, denke ich. Also, die Insel zumindest. Dann können wir wieder außenrum gehen und hier unten weiter entlang, ne? Ich meine, wir hätten natürlich auch Meister Einhard über den Baum unten gehen können. Auch das wäre eine Possibility gewesen. Oder auf Deutsch gesagt eine Möglichkeit. Ja, das mit dem mit dem Englischen, ne? Mit dem Gedenglisch ist schon so. Was mich halt wirklich, also wo ich das gar nicht so meine, ist dieses literally oder basically oder was man da immer für Füllwörter einbaut. So gar nicht. Ne? So. So. Das sind die Blutaffen, ne? Die sie uns ans Herz gelegt haben. Warte mal, ich... Stell euch mal bis hin und dann könnt ihr euch dran abarbeiten. Totalrolle? Denk. So, wir sind da drüben jetzt noch passiert. Ein Komposat. Kleinvieh. Ja, manchmal, ne? Kurz vorm Tod. Manchmal, da geht man hier durch wie nix und dann plötzlich zack, 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 tot. Also noch nicht, aber so kurz davor halt. So, wir gehen mal hinten entlang. Schau nochmal hier. Aber ich glaube, das war es hier drüben. Das ist wieder ein Wasserfall. Nett. Okay. So, Einheit, komm mit. Ich liebe unser Totem. Ich liebe unser Totem. So, hier geht es in die Fluchtländer. Ja, aber das ist wahrscheinlich in den Sumpf. Kann ich mir vorstellen. Aber das ist ja hier auch schon ein bisschen... Ne, eine Sumpf nicht, aber... Was denn hier? Ein Tresor... Oh, müssen wir aufpassen. Identifiziere ich den eigentlich mit einer Identifikationsrolle? Der ist hier. Da muss man immer eine dabei hören. Bewacht von drei Gruppen an Monstern, beschwört Skelette, bewacht eine Gruppe magischer Monster, enthält identifizierte Gegenstände. Okay, so, pass auf. Dann. 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 So, halt, da haut jemand auch mal drauf. Einfach so. Und? Und? Ich glaube, das war es. Identifikationsvoller, danke. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Abgenutztes Floyd. Yeah. Eigentlich nicht, aber das Zepten im Moment. Eine hochwertige. Ah ja. Ah ja. Wie ist das eigentlich hier eine hochwertige? Ne, siehende. Rundschild. Rundschild. Mäh, mäh. Yeah. Mäh, mäh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Und? Nee. Lass mal liegen, ne? Äh, ich wollte da noch, ach so, hier unten. So. Wir gehen einmal im Kreis rum. Und dann die Mitte. Denke ich. Dass zum Schluss die Mitte ausgefüllt ist. Okay. So machen wir das. So ist der Plan. Summon. Wir gehen mal tatsächlich hier rüber. Ganz schön weitschweifig das ganze Gebiet. Braucht mal Zeit, die wir eigentlich gar nicht haben. Kann aber nicht einfach der stoppen. Das ist immer das Blöde hier. Das ist wirklich ein bisschen blöd. Irgendjemand beschwört die, oder? Wer ist denn das, der die beschwört? Oder auch nicht. Alles gut? Ich würde auch die beschwören. Die jemanden, diese Bogenschützen, wisst ihr? Ach, wir lassen das jetzt liegen. Wenn ich jetzt jedes Ding aufhebe, wäre ich wahnsinnig. Auch wenn es nicht identifiziert ist. Man muss sich immer zu in die Stadt rein. Ich weiß, am Ende. Ja, wir lassen das. Wenn, müssen wir halt, wenn wir irgendwas nicht genug haben, müssen wir halt dann, ob wir wollen oder nicht. Dann müssen wir halt... Zepter würde ich gerne mitnehmen. Zepter nehmen wir halt immer mit, wisst ihr? Das wäre so der Plan. Das wäre so der Plan. So, Zepter... So, Zepter... Naja, das würde gewünscht mit so sind. Naja, auf der anderen Seite. Haben wir da gar keinen physischen Schad? Doch hier, 25 bis 38. Nee, das war Quatsch mit Soße. Haben wir noch ein Zepter? Ja, das andere... Wie gesagt, das... Sei es drum, ne? Wir gehen trotzdem noch mal zurück. Nehmen eine Portalrolle. Meister, grüßt. Ich hätte... Seht ihr, jetzt haben wir fünf. So, jetzt tue ich es noch mal zurück. Tue es in der Defizieren. Nur mal als Gag. Ich will es noch mal wissen. So. Oh. Na gut. Na gut. Na gut. Ist ja gut. Ich hab's verstanden. So können wir es natürlich auch rausfinden, ne? Was man... Was man bekommt... Ein bisschen... Auf die harte... Auf die harte Art. Was haben wir hier noch? Amulett. Das brauchen wir, das brauchen wir. Das brauchen wir. Das Zepter wäre völlige Quitsch. Mit Zusette zu. Halt, das identifizieren wir... Das sparen wir uns. Sie haben nur noch zehn Identifikationsrollen. Die müssen wir uns unbedingt besorgen, ne? Ich schau noch mal, ob der nicht vielleicht eine Identifikationsrolle hätte. Der hat aber einen Schleifstein. Ich nehme mir bestimmt noch eine Identifikationsrolle. Das sag ich euch. Das ist wie so ein Memory-Spiel hier. Wisst ihr? Finde den richtigen... Gut. Da wären wir wieder. So. Ich glaube, wir sollen die abschließen, ne? Ach, da hinten ist noch. Übrigens. Da ist noch so ein Vogelmann. Mach, was du willst. Und nimm, was du willst. Ich habe kein Problem. Nimm, wie gesagt. Nimm, was du willst. Ich brauche eh nichts. Also das Bronzer-Zepte nehme ich mit. Nein, die nehme ich auch mit. Nein, die nehme ich jetzt auch mit. Und natürlich die Veränderungs-Sphäre. Aber wir schauen uns unser Zepte mal an. Wie gesagt, das nächste Mal denken wir dran, dass wir runtergehen. Dass wir runtergehen und uns identifizieren. Oder wir schauen erst noch mal, ob die vielleicht nicht doch noch irgendjemand hat. Nein, das brauche ich. Achso, brauche ich gar nichts. Vergeht in einem Flammenhagel. Verbrennt. Ketze. Entschuldigung. Ist ein bisschen ausgerastet. Unser Inquisitor ist ein bisschen ausgerastet. Was bist denn du überhaupt? Wo steht denn das? Ich glaube, das stand immer bei Fähigkeiten. Nee. Oder? Ewige Jugend. Hier. Was bist denn du? Was sind eigentlich unsere? Ich weiß nichts mehr. Haben wir sowas wie einen Charakterbogen? Gedwin Faithful. So haben wir ihn genannt? Gedwin Faithful? Echt? Die Flussläufer. Ja, aber was bist du? Mein Freund. Ich habe mir gedacht, der ist Inquisitor oder so. Aber wieso sieht man das nirgends, was der ist? Ich will es wissen. Was ist denn das eigentlich hier? Passiv, Vorausforderung, Weltkarte, Soziales, Karten, Events, Option, Inventar. Ich hätte halt gedacht, dass es vielleicht im Inventar ist. Ich weiß es nicht mehr. Was bist du? Wer bist du? Wenn ihr es noch wisst, seht es mir vielleicht mal, eventuell. Das wäre nett. So. Denn ich weiß es wirklich nicht mehr. Haben wir es übersehen? Dann tut es mir leid. Hier geht es auch irgendwo hin. zum Winde-Weste-Wald. Wo ist es hier überall noch hingehen? Oh, da oben. Da haben wir noch was. Da gehen wir jetzt hin. Das war ein großartiges Handexil. Keiner wird ein leidiges Poem über das. Jawohl. Schreib eine... Schreib eine... Das ist ein Bade? Ach ne, ein Dichter. Das ist ein Dichter, unser Einhaar. Einhaar der Super Gigant. Was ist denn zu sehen, mein Freund? Es wird euch überraschieren, dass ich nicht populär bin. Die anderen hier sind ignorierend. Sie sehen nicht das Ende kommen. Sie sind nicht survivors wie ich. Oder Sie. Vorher wir uns haben, ich habe die Wäste in der Kampffahrung. Sie haben in die Kälte, dann in die Fleisch. Sie waren nicht so wunderschön als Einhaar, über wo sie ihre Arbeit gemacht haben. Ich habe gelernt, dass Roas nicht die Roa-Meat sehr gut verwendet haben. Ich habe sie zu einem neuen Ort, die Menagerie. Es ist ein secretes Ort. Das ist, wo wir den Ritual für die ersten Onen machen. Ja, es ist. Ich weiß es, dass ich nicht so populär bin. Die anderen sind ungewöhnliche. Sie sehen nicht das Ende kommen. Sie sind nicht so gut, wie ich. Oder Sie. Bevor wir uns haben, habe ich in der Rituale genommen. Sie wurden in die Hälfte, dann in die Fleisch. Sie waren nicht so schwer wie ich, wo sie ihre Arbeit gemacht haben. Ich habe gelernt, dass Roas nicht das Roa-Meat sehr gut verwendet haben. Also habe ich sie zu einem neuen Ort. Die Menagerie. Farb. Die könnten wir jetzt besuchen, ne? Warte mal, da oben ist glaube ich noch... Ne, warte mal. Du bleibst noch bei mir? Der bleibt hier stehen, ne? War da oben nicht gerade ein Teleporter? Den wir noch freischalten müssen? Weil dann könnte man immer wieder hierher. Lass mal einen hat er unten stehen. Alles klar hier? Ich frage nicht in die Nacht. Wo bin ich jede Nacht. Warte. Die sind nur in der Stelle. Die sind nicht zufrieden. Geht gerade das. Geht gerade ein. Geht gerade. Die sind ja. So, was sind wir denn hier noch? Ich glaube, da oben ist ein Teleporter, wisst ihr? Den wollte ich zumindest noch. Oder hier unten filmen wir. Den wollte ich mir zumindest noch anschauen. Hier. Ah, da haben wir ihn freigeschaltet. Sehr schön. Dann können wir nämlich für heute Schluss machen. Hier haben wir, wie gesagt, den Wegpunkt. Wollen wir mit einer noch die Maschinerie... Die Maschinerie... Nee, ne? Obwohl... Wir wissen ja, dass der jetzt hier ist. Merkt ihr euch... Ihr merkt es euch nicht. Ich mir auch nicht. Deswegen müssen wir noch mal hin zu einem. Und besuchen noch die Maschinerie... Menagerie. So rum wird ein... Ah, halt. So rum wird ein Jutraus. Oha. Oha. Schaut euch dies an. So, aber für heute machen wir nichts mehr in der Maschinerie. Menagerie. Menagerie. Aber cooles Portal, mein Freund. Cooles Einabportal. Nicht übelst. Schauen Sie uns mal ein bisschen genauer ein. So vielleicht. Und warte, ich gehe noch so ein bisschen hin und so ein bisschen her. Und dann verabschiede ich mich. Ciao. 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 Ciao.